Hey Digga Dreadis, ihr wisst gar nicht wie ich gerade feiere, ihr habt keine Ahnung, Bruder ich finde es so lustig, ich habe heute einen TikTok gedreht, so richtig verplant, ich sage einfach, meine Frau ist nicht da, ich habe keinen Hausschlüssel, ich drehe meinen ersten TikTok, es hat einfach 6000 Likes Bruder, 6500 Likes, ich habe einfach 2000 Follower dadurch gemacht, Bruder was ist das Bruder, Bruder, Digga, Walla, ihr seid immer am supporten, ich sehe immer eure Namen in den Kommentaren, ich liebe euch Dreadis, Walla, ich ziehe jetzt TikTok durch, ich mache ja voll Spaß, wir haben das jetzt, das haben 5000 Leute gesehen, Bruder, das ist ja brutal, Bruder, Hey, das ist brutal, Bruder, ja, ich habe es ja nie, Bruder, ich habe zwei, drei Jungs, die machen so Stream-Ausschnitte und so, ist auch ganz cool, aber so selber tickt, so habe ich noch nie gedreht, heute war er so, ich habe mir gedacht, komm, das sind vielleicht 100 Leute, Walla, ich habe gar keine Ahnung, Ich nehme die Kamera, ich sage nur, ey, Bruder, Amnistiki, für was mache ich Insta-Stories, für was, Bruder, ich meine, ich bin TikToker jetzt, Cousin, Tschuldigung, was machen sie, ich bin TikToker, genau so, jetzt bei Hausbewerbung, ich schreibe nicht Twitcher, Streamer, ich schreibe TikToker rein, Walla hat einfach Spaß gemacht und guck mal, ist es dann so, dass, also ihr entscheidet dann, ob das viral geht oder nicht, gell? Weil, wenn ihr das so kommentiert und liked, dann geht es viral, oder nicht? Weil, ich habe das nur nicht verstanden, wie wird ein Video viral so, gell? Okay, tamam, Baba. Damn, das ist ja viral, gell? Ich bin wieder Adler und ich kreise über Mäuse, beschütte dich mit Säure, Ruhe, hol mir deine Leute. Heute schnapp ich wie die... Hätte jetzt Läuse gereimt, oh, sie hätt ich angezeigt. Leute, eigentlich kein Pauka-Bein, mich spricht der Teufel. Sog wie Skandale, wie Balotelli, Ozi Amo, bin auch Kelly, Feier-Comeback, so wie Machia-Welli, Well, fliegt mit One-Way-Ticket nach Miami und den ersten, den ich mir schnappe, Digga, ja, Eisbuff Daddy. Seine Kinder wollen rappen, da kann ich nur abraten, Knastschaden, wegen Haftstrafen und dem Bassladen. Well, seid auf Flaschen angewiesen, Frontmarken, aber wenn ich ehrlich bin, könnt ihr mir ein Tam blasen? Nago, Frankfurt, Ozi Amo. Du hast sagt, er sagt Tam blasen, hättest du auch Schwanz blasen werden können. Aber, aber, ist gut. Katz mir ein Tam blasen. Baba! Baba! Ja, wir haben am Hafen, ja, wir machen Trevendor. Ja, Digga. Hänge tiefgeraten, ja, Block, hier läuft das so. Ja, hier läuft das so. Ja, hier läuft das so. Ich komme ohne Ansage, direkt in deinen Saftladen. Du machst Fitch-Anfrage, ich sag nein, du Pappnase. Denn wir hängen nicht mit Bastarden. Find ich in deinem Stammladen, und das ohne Landkarten. Verteile Pakete für DHL. Kali-Smash und der Kulti-Kern. OZ-Dempart jeder kennt. Hollander Bracker, wie Papa's denn. OZ-Einster deutscher Web, aber nicht zum Anpassern. Bruder, die ganzen Newcomer, okay, Musu ist kein Newcomer. Aber so diese, wenn ich jetzt sage, Musu ist Untergrund, das ist Beleidigung? Nein, gell? Bruder, die Untergrund-Rapper, Digga, die haben heute viel besser abgeliefert als die Ding-Rapper, gell? Ich sag euch ehrlich. Ey, ihr seid so gemein in dieser Abstimmung, gell? Ich finde das gar nicht mal schlecht, ich finde den Uzi voll gut. Ich finde auch, die Hook ist voll gut. Was macht ihr da in der Abstimmung, Trillis? Ich finde den gut. Nukem ist es für euch sehr heiß wie ein Küssenstrand. Du willst küssen, ich sag, schick dran. Hab genug von eurem rumgelutscht und euer Insta-Pennentrant. In meiner Welt gibt es kein Nikolaus. In meiner Welt gibt es nur Heikim, der bei sich zu Hause Kilos staut. Ich habe dir Angst, du B***i überhaupt. Deine angeblich Frau hat mein Bruder einen dicken Kauf. Oha. Da bin ich nicht da. Wir sind auf Jagen, kalte Tage, Chiquita, Ueloh. Speichert die Hunde. Wir haben am Hafen, ja, wir machen Trevelo. In den Tiefgaragen, ja, am Block, hier läuft das so. Ja, hier läuft das so. Ja, hier läuft das so. Nice, stabil. Stabil. Cello ab, die Leed. Alle, Dredis, ich verrate euch jetzt eine Sache, gell. Die leake ich ganz kurz, okay? Die leake ich ganz kurz. Am Sonntag kommt die nächste Erkenne-Den-Folge mit mir. Erkenne den Lehrer, ja. Wird sehr lustig. Ihr werdet euch tot lachen. Und jetzt passt auf. Und ihr könnt euch drauf freuen. Nächste Woche fahre ich wieder zu Nahim. Und wisst ihr, mit wem ich noch in der Jury sitzen werde? Vielleicht. Also wenn alles klappt. Wenn alles klappt. Und ich, Nahim, Nahim, ich. Cello und Abdi. Das wird Papa. So. Das wird Papa. Wir hören jetzt einen Song von Cello und Abdi. So. Ganz kurze Story. Sinet. Ich kenne den Jungen schon so lange. Wir kennen uns seit 15 Jahren schon Sinet. Sinet ist ein sehr stabiler Typ aus Frankfurt. Ist ein Freund von mir. Und jetzt, wenn ihr Sinet sieht, so auf den ersten Eindruck, ihr denkt euch vielleicht, das ist ein dünner Junge so, weißt du? Der Bruder saß im Knast schon, gell? Und dreimal dürft ihr raten, wegen was? Und Bruder, war er ernst, gell? Ernst, ohne diese Ding. Dreimal dürft ihr raten, was? Was hat Sinet verbrochen, dass er in den Knast gekommen ist? Schwarzgefahren? Nein. Körperverletzung? Auch nicht. Hat er wahrscheinlich auch, aber das war nicht, warum er in den Knast gekommen ist. Der Bruder, der hat tatsächlich einen Banküberfall. Er hat wirklich einen Banküberfall, Bruder. Er ist wirklich noch im Jahr, in den Jahre 2000, keine Ahnung, 15, 16, 17, hat er sich ernsthaft als Mission genommen, einen Bank zu überfallen. Gianni79, Dankeschön für den frischen Prime, äh, für den fünften Monat, mein Schatz. Vielen, vielen, vielen Dank. Andi, Dankeschön für Stufe 1 zum Ersten. Vatiko, Dankeschön für den zweiten Wiener 1. Vatiko, wichtigster Monat der Zweite. Vielen, vielen Dank, wir gehen rein und hören Sinet vs. Feature Cello ab. Barbar Typ der Sinet, auch ein richtig starker Rapper. Richtig starker Rapper. Geile Reime und so, achtet drauf, der ist richtig begabt. Schiepe! Äh, 8, 5, 4, 3, 7. Das ist richtig Frankfurter Shit-Essache. Sie wollen, dass ich live-rap, sagt ihr, eins, jetzt gibt's nur wenn ich rein schreibe. Lila in Habs, dem Lila hab knacks, keine Visa gemacht, aber Lieder gemacht. Damals viel Rippen abhaftet mir hier am Platz. Heute mache ich Para, Weed oder Natz. Alte Schule, neue Schule, gleich geblieben, nur teure Uhren. Jeder kippt nach Golde Grube, Zwilliger Gänse, Pirol, der Rubel. Alte Schule, neue Schule. Gleich geblieben, nur teure Uhren. Jeder kippt nach Golde Grube. Zwilliger Gänse, Pirol, der Rubel. Stattion Waldao, Hartwig und so. Wird aus Versehen auch mal die Matrix durchsprochen. Alte Schule, Packer Lewis, neue Schule. Euch mit Pruder, Schem, Kino, Drogenring, große Rapzone, Witz, viele Methoden, gibt's Action, wie Tobels Film. Wettbüro Quote sinkt. Chancen tot, HWF Spritze, kein Johnson & Johnson Roll. Europa Hotel Basiler Platz, Jeyo liegt auf Teller und Gras wird verpackt. Scheiß auf den Staat, wir sind schieß wie Tüc und Troph, Heisenrapp, Bra. Hier regiert die Hurt, Goldstein, Süd, Best Ben-Gurion Ring. Wir talk, I'm dein Peace, du Huren, sunken. Und ich bin mit Konsti, Marrocks unterwegs. Schöne Grüße gehen an, wohl die Kaus, Bonnermann. Alte Schule, neue Schule, gleich geblieben, nur teure Uhren. Jede kippt nach Golde Grube. Zwilliger Gänse, Pirol, 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 Pirol. Neue Schule, gleich geblieben, nur teure Uhren. Jede kippt nach Golde Grube. Zwilliger Gänse, Pirol, der Rubel. Allerheiligen Top, Ben-Gurion, Zeit für dich Schmock. Arvid Centurio, mach dich auf Kulio, du bist ne Witzfigur. Sympathisch, ein Interview nennst du Business Move. Immer noch, immer noch, bin ich der im Blog und erzähl nichts von Inselrock. Zwilliger Gänse, Pirol, Pirol, der Rubel. Alte Schule, neue Schule, gleich geblieben, nur teure Uhren. Jeder kippt nach Golde Grube. Zwilliger Gänse, Pirol, Pirol, der Rubel. Alte Schule, neue Schule, gleich geblieben, nur teure Uhren. Jeder kippt nach Golde Grube. Zwilliger Gänse, Pirol, der Rubel. Vala salutieren, Junge. You are so beautiful. To me. Ich küsse dein Herz, Yail Gnur. Dankeschön für 10 Verschenkte. Du bist Baba. Wir sind sogar noch im Hypetrain gerade, gell? Daimir, bist der Beste. Ich küsse dein Herz, Daimir. Dankeschön für 4 Verschenkte. Ja, das ist dieser Frankfurter Shit. Die Hook ist so ein bisschen Hannibal-mäßig. Das ist diese Frankfurter Rap-Art-mäßig. Weißt du? Ich küsse eure Herzen. Yail Gnur, vielen, 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 vielen Dank. Sinet ist Baba, Bruder. Sinet ist Baba. Baba, der hat Parts auf Instagram. Kurz sagen, die sind abgefuckt, Bruder. Die sind abgefuckt, Bruder. Ich bin hier nicht angemeldet auf meinem PC. Ja, Bruder. Ich habe auch keine Ahnung, was mein Passwort ist auf Instagram. Ah. Ja, ich finde das so nicht, gell? Ne, der hat die schon rausgenommen. Das waren so alte Parts von ihm, Digga. Die waren abgefuckt. Ich kann die nicht mal anhören, Digga. Scheiße. Okay. Bones. Ja, Bones können wir uns auch mal reinziehen.